Moin, FlexDoc hier. Das Pulsar SuperGlide GlassPad hat Korea verlassen und ist jetzt auch bei uns gelandet. Ein detailliertes Review und einen Vergleich mit anderen Mauspads seht ihr nach dem Intro. Bei Stoffpads können Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten schon recht groß sein. Bei Glasspads sind die Unterschiede dann doch eher fein. In letzter Zeit gab es einen regelrechten Boom besonders an neuen Stoffpads, die aber alle nichts Neues lieferten und im Prinzip nur bereits verfügbare Pads waren in neuem Karton. Meist nicht mal mehr das und von einem neuen Hersteller. Das meiste wird eh in der gleichen Fabrik hergestellt und nur im Auftrag eines Herstellers auf den Markt gebracht. Aus diesem Grunde haben wir uns dazu entschlossen, ein Übersichtsvideo über die auf dem Markt erhältlichen Mauspads Varianten zu erstellen. Link in der Beschreibung. Und keine neuen Pads mehr selbst zu kaufen und zu testen, es sei denn, es kommt wirklich etwas noch nie Dagewesenes heraus. Oder natürlich, wir bekommen ein Pad zur Verfügung gestellt. So war das dann auch hier. Eigentlich haben wir mit Pulsar über die neuen Pulsar Armsleeves gesprochen, sind dann aber irgendwie auf die Superglidepads gekommen, welche wir als einziges Glaspad noch nicht getestet haben. Und Pulsar hat angeboten, es zum Test zuzuschicken. Wie immer beeinflusst dies aber unsere Review nicht und wir bleiben wie immer objektiv. Nicht viele Hersteller schicken uns Produkte zum Testen zu. Dafür sind wir einfach zu klein, zu hässlich und vor allem zu kritisch. Pulsar ist da mutiger, wobei sie gehen nicht wirklich ein großes Risiko ein, denn bisher war alles, was Pulsar so auf den Markt geworfen hat, von Anfang an sehr gut. Was noch viel wichtiger ist, wurde dann noch stetig verbessert. Grundlegend sind die Reviews im Netz durch die Bank positiv und so dürfte bei Pulsar ein durchaus gesundes Selbstbewusstsein vorhanden sein. Da es etwas schwierig ist, die recht feinen Unterschiede bei Glaspads herauszustellen, dann spielen wir hier einfach einmal ein paar Runden Elimination aus Flexstocks Sicht, um die Unterschiede zu verdeutlichen. Elimination klingt etwas hart, daher der wichtige Hinweis. Und bitte im Hinterkopf behalten. Alle hier vorgestellten Hardpads, okay, außer dem ersten, mit dem wir gleich anfangen, sind alle extrem gute Pads und unterscheiden sich nur minimal. Die feinen Unterschiede sollen hier aber eben deutlich herausgestellt werden, daher Elimination. Los geht's. Das erste Pad ist kein reines Glaspad, sondern ein keramikbeschichtetes Pad und steht hier ganz alleine, ohne Gegner, denn es eliminiert sich ganz von selbst. Das Cerafet Keen hat in unseren Track-Tests mit sehr vielen Mäusen Probleme gemacht. Und das nicht nur mit den gängigen Problemsensoren, wie der 3335 von Pixart, sondern auch mit anderen Sensoren, die ansonsten keine Auffälligkeiten zeigten. Hier scheint etwas mit dem Brechungsindex des Keen-Materials nicht optimal zu sein. Wir haben hierzu ja bereits ein Video gemacht, indem wir auf die versteckten Tracking-Verluste bei Mausblätten, Mauskombis aufmerksam machen. Unsere Meinung nach immer noch das wichtigste Video unseres Kanals. Link ebenfalls in der Beschreibung. Also Cerafet Keen eliminiert. Kommen wir zum ersten Vergleich, um die Unterschiede der einzelnen Pads zu verdeutlichen. Wenn das Audio etwas schlechter ist, dann liegt das am Staubsauger im Hintergrund. Ich kann es leider nicht ändern. Ich weiß nicht, wo das Ding ausgeht. Das Skypad 2.0 links und das Skypad 3.0 rechts. Von der Oberfläche her ist unser eindeutiger Favorit eigentlich das 2.0, denn es hat eine leichte Struktur. Wobei Struktur nicht ganz das richtige Wort ist. Es fühlt sich halt an wie gefrostet. Wenn man mit dem Finger drüber fährt, spürt man es deutlich. Das Skypad 3.0 ist dann eher genau das, was man erwartet, wenn man an Glas denkt. Glatt, absolut makellos glatt. So als würde man eine Fensterscheibe aus dem Wohnzimmer ausbauen und auf den Tisch legen. Kurzer, aber wichtiger Hinweis macht das nicht. Der Brechungsindex von Fensterglas ist in der Regel für optische Sensoren in Gaming-Mäusen nicht geeignet. Also nicht, dass wir es ausprobiert hätten. Ehrlich, haben wir nicht, würden wir nie tun. So was Blödes. Man kann den Unterschied in der Oberflächenstruktur zwischen Skypack 2.0 und 3.0 sogar hören, wenn man mit dem Finger drüber fährt. Beim Reibungskoeffizienten zeigt sich dieser Unterschied dann ebenfalls. Das 3.0 ist das schnellste Pad in unserem Test und hat die geringste Gleitreibung. Für meinen Geschmack deutlich too much, während das 2.0 noch recht gut kontrollierbar ist. Obwohl uns das 2.0 von der Oberfläche her am besten gefällt, müssen wir das 2.0 in diesem Vergleich aus zwei Gründen eliminieren. Erstens ist es etwas klein und zweitens und noch viel wichtiger, es gibt es schlicht nicht mehr. Das Skypad 3.0 hat das Skypad 2.0 ersetzt. Also allein aus diesem Grunde 2.0 eliminiert. Nächster Vergleich. Das Razer Atlas, welches bisher zusammen mit dem Fnatic Jet mein Mainpad war, gegen das Skypad 3.0. Beide Pads sind so das schnellste, was man in die Finger bekommen kann, wobei das Skypad 3.0 schon sehr deutlich an der Spitze in der Tabelle der geringsten Gleitreibung steht. Trotzdem hat das Razer Atlas aufgrund seiner Beschichtung etwas Struktur. Deutlich weniger als das Skypad 2.0 aber. Einziger Nachteil des Atlas im Vergleich zum Skypad 3.0 ist die etwas geringere Größe und es ist minimal dicker. Hat aber dafür deutlich stärker abgerundete Kanten, weswegen dies nicht so ins Gewicht fällt. Unterm Strich gewinnt das Atlas aber knapp. Es hat, wie gesagt, zumindest etwas Struktur, die etwas mehr Kontrolle bietet und liegt sicherer auf dem Tisch. Das Atlas hat keine vier Pümpel an den Ecken, sondern ist vollflächig auf der Unterseite gummiert. Daher ist es minimal dicker als das Skypad 3.0, aber niedriger als das 2.0, welches so eine Art Türstopper unter dem Glas hat. Das Atlas hat also etwas mehr Kontrolle und liegt besser auf dem Tisch. Mit der Dicke des Atlas konnte ich mich arrangieren, wenn ich das Bett schräg auf den Tisch lege, sodass mein Arm vollflächig auf dem Glasbett aufliegt. Vor allem aber wegen der besseren Kontrolle geht das Atlas aus meiner persönlichen Sicht aus diesem Vergleich als Sieger hervor und war aus diesem Grunde auch eine Zeit lang mein Mainpad bei den Glaspads. Also Skypad 3.0 aus meiner Sicht eliminiert. War mein Mainpad in Bezug auf das Atlas, nimmt schon das Ergebnis des nächsten Vergleichs vorweg. Kein geschickter Aufbau des Spannungsbogens, Herr Flexstock, ein Register wird nicht mehr aus mir. Naja, egal. Trotzdem erstmal von vorne. Das Pulsar Superglide hat ähnlich wie das Skypad 2.0 eine leicht angeraute Oberfläche. Nicht so stark wie das 2.0, aber doch deutlich spürbar. Also das, was beim Skypad 3.0 vollkommen fehlte und auch beim Atlas deutlich weniger ist. Von der Struktur her liegt das Superglide zwischen Atlas und Skypad 2.0 und so stellt sich das auch bei der gemessenen Gleitreibung dar. Das Superglide bietet bis auf einen Unterschied zwei Stellen hinter dem Komma die gleiche Kontrolle wie das Skypad 2.0 und somit deutlich mehr als das Atlas. Nicht falsch verstehen. Auch Skypad 2.0 und Superglide sind extrem schnelle Pads und haben natürlich den gleichen Unterschied und gleichzeitig großen Vorteil gegenüber Stoffpads, da der Gleit gefühlt deutlich gleichmäßiger ist durch die fast identische Haft zur Gleitreibung. Das Superglide ist in der XL Variante mit 490 x 420 mm auch größer als das Atlas mit seinen 490 x 400 mm. Das Superglide gibt es zusätzlich noch in den Größen L 420 x 330 mm und sogar in einer Desk-Size-Größe von 980 x 420 mm, die allerdings nicht in Europa. Der Aufwand dürfte etwas groß sein, Glaspads von der Größe von Korea nach Europa zu schaffen. Ich weiß nicht einmal, ob ein durchschnittlich begabter DHL-Fahrer das XSL-Pad überhaupt gehoben bekäme, geschweige denn heile zum Empfänger zu bringen. Jedenfalls gibt es das Atlas nur in der einen Friss-oder-Stirb-Größe. Ist die Oberfläche und oder Größe noch Geschmackssache, so kann die Dicke nicht dünn genug sein. Dicke nicht dünn genug. Willkommen beim Qualitätscontent von 4atec. Ich hoffe, ihr versteht, was Onkel FlexDoc trotz seiner stark limitierten sprachlichen Fähigkeiten sagen möchte. Das Superglide ist mit nur 4 mm das dünnste von uns getestete Glasbett und nur ungefähr so dick wie ein Stoffbett von Dornfinger oder das MZ1 von Extrify. Durch die Größe kann man es zudem bündig an die untere Tischkante legen und hat so keine unangenehme Mehrreibung am Unterarm. Das Atlas von über 5 mm Dicke musste ich immer schräg auf den Tisch legen, um eine vollständige Auflagefläche für den Arm zu haben. Das hat allerdings den Spielraum für die Mausbewegung etwas limitiert. Grundlegend ist es natürlich eine Gratwanderung zwischen möglichst dünnes Glaspad und noch stabil genug und ich gehe davon aus, dass mit diesen 4 mm hier das Optimum erreicht ist, was machbar ist. Das straft mich Lügen, aber ich glaube, das kann man so behaupten. Schauen wir uns den letzten Punkt noch an, nämlich die Unterseite. Hier muss man eine Folie von der Superglidesgummierung abziehen und dann liegt das Pad, nein, eigentlich klebt es schon fast bombensicher auf dem Tisch. Sind Skypads auf dem Tisch im Eifer des Gefechts noch gelegentlich durch die Gegend gewandert, so passiert das hier nicht mehr. Fassen wir also zusammen. Flexstock gefällt die etwas rauere, besser kontrollierbare Oberfläche und die Größe des Superglide-Pads persönlich besser und objektiv betrachtet ist das Superglide das im Vergleich dünnere Glasbett mit der am besten haftenden Unterseite. Ziemlich klare Sache, Atlas eliminiert. Vergleichen wir die Preise der hältlichen Pads miteinander, so ist das Atlas, das nur in einer Größe erhältlich ist, mit 119,99 Euro am teuersten. Gefolgt vom Pulsar Superglide mit 109,95 Euro in der größeren XL-Variante und 98,95 Euro in der L-Variante. Das Skypad kostet 99 Euro in der XL-Version. Was ist also unser Fazit zum Superglide-Mauspad von Pulsar? In unseren Augen ist es das derzeit beste Glas-Mauspad und insgesamt auch das beste Hardpad auf dem Markt. Ich weiß, das klingt immer etwas komisch, so etwas zu sagen, wenn man ein Produkt kostenlos zum Testen zugeschickt bekommen hat, aber wir können es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Aber nicht vergessen, alle hier vorgestellten Pads außer dem Kien sind qualitativ hoch, hervorragende Pads und die Unterschiede äußerst gering, so wie die Oberflächenbeschaffenheit Geschmackssache ist. Die Elimination-Geschichte hier diente nur zur veranschaulichen der kleinen, aber feinen Unterschiede. Mir ist die extrem glatte Oberfläche des Skypad 3.0 etwas zu viel des Guten, aber wenn jemand auf so schnell wie möglich steht, dann sieht er das natürlich anders. Für mich ist die Oberfläche des Superglides jedoch eindeutig der beste Kompromiss zwischen ausreichend Kontrolle und den Vorteilen der gleichmäßigen Haft zu Gleitreibung. Gleich viel Kraft aufwenden zu müssen, um eine Maus in Bewegung zu setzen und sie in Bewegung zu halten, ist einfach für das Tracking in Games ein Riesenvorteil. Besonders in Tracking reichen Games wie Overwatch oder Quake spielen Glasspads ihre Vorurteile aus. Hingegen bei taktischen Shootern sind Controlpads aus Stoff sicher die bessere Wahl. Bei meinem Hauptspiel PUBG hänge ich blöderweise so ein bisschen dazwischen. Es gibt Situationen im Spiel, die ein Control-Stoffpad nötig machen und Situationen wie das Verfolgen eines Ziels, wenn man zum Beispiel jemanden versucht, aus dem Auto zu schießen, vorbeifahrenden Auto zu schießen oder allgemein den Rückstoß der Waffe zu kontrollieren, die sich besser mit einem Glasspad meistern lassen. Da meine große Schwäche das Tracking ist und Recoil-Control einer der wichtigsten Bestandteile bei PUBG ist, tendiere ich mehr zu Speedpads wie dem Superglide. Ich habe mit Glasspads an guten Tagen die besten Spiele, mit Stoffpads aber konstantere Leistungen. Meiner Meinung nach kann man grundlegend Pulsar bei allem, was aus Glas ist, derzeit die Marktführerschaft im Gaming-Bereich attestieren. Die Superglide Mausfüße V2 sind die besten Glasfüße für Mäuse auf dem Markt, genau wie auch das Superglide Glasspad das beste Glasspad ist. Sind die Unterschiede bei den Glasfüßen sehr eindeutig, so sind sie bei den Glasspads zwar geringer, aber doch vorhanden. In diesem Sinne FlexDoc over and out.